Ja, ein bisschen Tiroler Speck ist schon im Auto mitgefahren, aber sonst ist eigentlich nichts mit nach Ingolstadt gekommen. Ja, hauptsächlich angeboren, aber sonst generell in der Jugend hat es immer geheißen, spannen, runter und drauf haben und aus dem ist eigentlich etwas Gutes entstanden. Ja, sportlich natürlich Klassenerhalt mit dem FC und dass wir einfach regelmäßig punkten und ich natürlich den ein oder anderen Scorer-Punkt nach Landeheuer. Persönlich natürlich, dass meiner Frau, mir, meiner Familie und meinen Liebsten natürlich gut geht und wenn es ihnen gut geht, geht es mir gut. Ja. 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 Ja.